Ladies und Gentlemen, bitte begrüßen Sie die Neuvermählten Mr. und Mrs. Simon Doyle. Du musst der Quiporo kennenlernen. Meinen Glückwunsch, Madame. Merci. Er ist der größte lebende Detektiv. Ich vermute, Sie haben mich nicht nur des Vergnügens wegen mit einbezogen. Wir haben die Kanak ganz für uns allein. Einen Koch und genug Champagner, um den Nil zu füllen. Ist mein Vermögen, ist keiner wirklich ein Freund. Jemand ist tot. Das Verbrechen ist Mord. Der Mörder ist einer von Ihnen. Heckt da irgendjemand Groll gegen die Familie? Madame bekommt für gewöhnlich, was sie will. Ich fühle mich hier nicht sicher. Sicher fühle ich mich bei keinem von Ihnen. Lene Doyle gibt so viel zwiespältiger Ass und Alversuchte. Oh, finde ich das schön. Sahen oder örteln Sie was? Ich habe ihr nicht getraut. Daran hat sich nichts geändert. Was tatten Sie gestern Nacht? Jetzt beschuldigen Sie mich des Mordes? Er beschuldigt jeden des Mordes. Das ist ein Problem, gebe ich zu. Die Ermordung wurde exakt geplant. Finden Sie den, der das getan hat. Sie sind verrückt. Der Anblick schmerzte Sie. Was wollen Sie von mir hören? Pain. Der Mörder ist ihr. Und er bleibt ihr. Tod auf dem Nil. Höst der Fall. Höst der Fall. 항상 geplant. Was haben Sie wohl improv roll.